Das ist Gelatine. Wir kennen sie von zu Hause, meistens als Blattgelatine hier zum Kochen. Dies hier ist Pulvergelatine, die für die industrielle Herstellung von vielen Produkten verwendet wird. Gelatine hat keinen Eigengeschmack und ist ein hochreines kollagenes Eiweiß. Aber wie wird die Gelatine eigentlich gemacht? Gelatine wird in einem hochmodernen, komplizierten Verfahren hergestellt, bei dem fast alles in einem sogenannten geschlossenen System, in großen Edelstahlbehältern und vielen Rohren und Apparaten passiert. Damit wir besser verstehen, was da alles so gemacht wird, versuchen wir mal, Gelatine selbst herzustellen. Also, zuerst einmal brauchen wir das Ausgangsmaterial, den Rohstoff. Dazu nehmen wir zum Beispiel ein Stück Schweinebauchfleisch. Davon wird die Schwarte abgeschnitten, denn die enthält das Kollagen, aus dem die Gelatine besteht. In Schweinehaut und auch in der menschlichen Haut ist Kollagen Protein. Und richtig, das ist genau das, was man braucht, um Gelatine zu machen. Aber wie bekommt man nun das Kollagen aus den Schwarten heraus? Die Schwarte wird in kleine Stücke von circa drei Millimeter geschnitten und ins Wasser gegeben. Nun wird diese Suppe Säure zugegeben, um das Kollagen löslich zu machen. Wir benutzen hier einfach Essig. Dieses Gemisch wird nun bei verschiedenen Temperaturen mehrfach erwärmt, damit sich das Kollagen besser im Wasser auflöst. Dabei ist es immer noch eine tröbe Lösung. Durch das Erwärmen und die Säure entstehen drei Schichten. Unten sind es die festen Teile, in der Mitte die saure Lösung und oben eine dünne Schicht Fett. Aber nur auf die Mittelschicht kommt es an. Das Fett und die festen Bestandteile werden durch eine Zentrifuge entfernt und die Kollagenlösung wird weitergeleitet. Diesen Vorgang nennt man Extraktion. Nun beginnt ein aufwändiger Reinigungsprozess, da immer noch kleinste Teile in der Kollagenlösung sind, die diese zum Beispiel trüb machen. Damit man jetzt klare Gelatine bekommt, wird diese trübe Flüssigkeit gefiltert. Das Ganze wird in der Fabrik mehrfach mit unvorstellbar feinen Filtern gemacht. Dazu werden sogenannte keramische Mikrofilter verwendet. Mit enormem Druck wird die Kollagenlösung durch die Filter gepresst und durch diese winzigen Löcher, die mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen sind, kommt dann die klare Lösung wieder heraus. Die gesamte Filterstrecke ist übrigens circa 3000 Meter lang. Doch der Reinigungsprozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Es sind immer noch Salze in der Lösung und das Wasser muss auch noch raus. Dafür läuft diese Flüssigkeit durch diese riesigen Kessel. Die Kessel sind mit Kügelchen gefüllt. Die sehen fast aus wie brauner Zucker, aber es sind Kunstharz-Kügelchen. Die Kollagenlösung fließt durch sie durch und das noch enthaltene Salz bleibt an den Kügelchen haften. Die Lösung wird nun durch diese langen Edelstahlröhren weiter gepumpt und in diesen riesigen Tanks so lange erwärmt, bis das Wasser verdampft ist. So bleiben von circa zwei Litern Kollagenlösung nur etwa 200 Milliliter honigartiges Konzentrat übrig. Diesen Vorgang nennt man Eindickung. Jetzt wird die Gelatine nur noch einmal sehr kurz erhitzt, um Keime abzutöten und die Gelatine haltbar zu machen. Dann wird die honigartige Lösung heruntergekühlt und durch eine Lochscheibe gepresst. Dabei entstehen die sogenannten Gelatinenudeln, die auf ein Transportband fallen und dann ganz langsam getrocknet werden. Mit warmer, steriler Luft wird nun schonend das restliche Wasser aus den Nudeln verdampft. Diese Gelatinespaghetti kommen auf der anderen Seite wieder heraus, werden zerkleinert und zu Pulver gemahlen. Das Pulver wird dann in großen sogenannten Big Bags, zu 1000 Kilogramm, zwischengelagert. Jeder Kunde, der Gelatine für seine Produkte bestellt, hat ganz bestimmte Anforderungen, die die Gelatine erfüllen muss. Und vor allem, er möchte ja auch immer wieder die gleiche Sorte nachbestellen können. Also gibt es keine Standard-Gelatine. Jeder Kunde erhält seine eigene, maßgeschneiderte Gelita-Gelatine. Und daraus stellen die dann all die schönen, leckeren Dinge her, die uns so froh machen. Etwas anderes ist es bei der Herstellung von Blatt-Gelatine. Hierbei ist es gerade wichtig, dass jedes einzelne Blatt immer die gleichen Eigenschaften hat. Dazu wird Gelatine-Pulver wieder in Wasser gelöst und auf eine sogenannte Kühltrommel aufgetragen. Dadurch entsteht ein breiter Film, der mit Messern in schmale Bänder geschnitten wird. Diese Gelatine-Bänder werden auf ein Netz gelegt, welches langsam durch eine circa 150 Meter langen Trockner läuft. Am anderen Ende werden die nun festen Streifen in die einzelnen Blätter geschnitten und gehen von dort zur Verpackung. Von hier aus tritt die Blatt-Gelatine ihre Reise in die Küchen der Welt an. Auf allen Kontinenten sorgt Gelita-Blatt-Gelatine für viele Leckereien, wie Wackelpudding, Mousse au Chocolat oder Panna Cotta. Und die landen dann wo? Genau, Goldbeer! Gelita – Improving Quality of Life 2 2 3 7 21 21 23 21 22 Untertitelung des ZDF, 2020